Ich habe Knossi diesen Sneaker geschenkt und so viel sind die heute wert. 2021 Knossi und ich haben ein YouTube Video gedreht. In diesem YouTube Video habe ich Knossi umgestylt. Er wusste aber nicht, dass er diesen krassen Sneaker bekommt. Der Sneaker ist 2019 rausgekommen, war so begehrt, dass Menschen zwei Nächte vor den Läden gepennt haben, um ihn zu kriegen. Und war innerhalb von Sekunden ausverkauft. Heute kriegt man die Sneaker nur noch bei Reseller wie mir. Die Rede ist von dem AirDrawn 1 Travis Scott. Ich hatte mehrere hundert Stück in meinem Lager. Und Knossi, mein Freund, hat ein paar davon geschenkt bekommen. Inzwischen zahlt man für den AirDrawn 1 Travis Scott 1800 Euro.